Gottes Reich Die Welt des eigensüchtigen Messens und Berechnens und Abwertens, das heißt die Welt der Maya, und das von ihr unberührte, unendliche Reich der ewigen Wirklichkeit, ist am selben Ort. Was man von beiden wahrnimmt, hängt von der Gottabgewandtheit oder Gottzugewandtheit des Atmer ab. So wie es in der Kathar Upanishad heißt, was hier ist, das ist dort, und was dort ist, das ist hier, und der geht von Tod zu Tod, der da einen Unterschied sieht. Kathar Upanishad 2.1.10 Mit Maya-Kraft, der Anziehungskraft der psychischen und physischen Materie, die vom Zentrum allen Seins fortstößt und Gott verhüllt, schauen und denken und handeln und begehren die Wesen der Welt. Ihr Ziel ist gröberer oder feinerer Selbstgenuss. Mit Chit-Shakti, in Klammer Prema Bhakti, die zu Gott hinzieht, der Anziehungskraft zwischen Chit und Chit, durch die Gott selbst sich selbst immer tiefer erkennt, spielen in dienender, erkennender Liebe die Wesen des Chit-Reichs. Ihr Ziel ist nicht Eigengenuss, sondern einzig und allein das Glück Bhagawans, des Geliebten. In der Kathar Upanishad berichtet ein Guru, es ist Yama, der Herr des Todes. Auf Bitten seines jungen Schülers Najiketas von dem von Geburt und Tod unberührten, unendlichen Reich, das über Ursache und Wirkung, über aller Zeit, über aller Vergangenheit und Zukunft liegt. Er sagt, Es ist das Reich, das alle Veden verkünden. In Klammer, das Wort, das Ziel, das alle Veden verkünden. Fußnote 70, Kathar Upanishad 1.2.15 Sarveveda Yadpadam Amananti Der Antarvaveda erklärt, Offen ist und geheim bleibt es. Uralt heißt es, ein großes Land. In ihm ist dieses ganze Weltall, was lebt und webt, fest gegründet. In Klammer, Antarvaveda 10.8.6 Fußnote 71, Übersetzung von P. Deussen Ein sehr alter, sehr heiliger Mantra des Rigveda kündet vom Reich, des von Zeit und Raum unbegrenzten Gottes, von Vishnus höchstem Reich. Das ist ein Mantra, der in Indien seit Jahrtausenden von Andächtigen vor jedem Opfer unhörbar gemurmelt wird. Mag das Opfer in Blumen und anderen Dingen oder nur in Mantras bestehen. Da berührt der Opfernde mit drei Tropfen Gangeswasser den Mund und dann mit besonderer Fingerstellung, in Klammer Mudra, Mund, Augen, Ohren, Nase und Kopf und vergegenwärtigt sich die Bedeutung des Mantra. Jenes ist des Vishnu höchstes Reich, immer da schauen es die Weisen, wie das Licht im Himmel, in Klammer, das Sonnenlicht, das überall und nach allen Seiten ausgebreitet ist, in Klammer Rig 1.22.20. Fusnode 72 Man findet die Strophe unter anderem im Samaveda 5.16.72, im Antarvaveda 7.26.7, im Shukladyajurveda 5.5, im Krishna Yajurveda 1.3.6.2 und 4.2.9.3, in der Katar Upanishad 1.3.9, in der Subala Upanishad 6.3, in der Narabindu Upanishad 77, in der Vasudeva Upanishad 29, in der Trippura Tapania Upanishad, in der Yoga Shikha Upanishad 6.21, in der Pengala Upanishad 4.24, in der Gopala Purva Tapania Upanishad 4.27, in der Muktika Upanishad 2.27 und so weiter und so weiter. Das bedeutet, das Reich Vishnus ist überall und ist wie Sonnenlicht, das wohl erhellt und alles erfüllt, aber nicht erhellt werden kann. Kaum eine andere vedische Strophe kehrt so oft in den Shastras wieder wie diese von Vishnus Reich. Das Überallsein des Reiches, der göttlichen Fülle ist so mächtig, dass vor dem, der sie wirklich schaut, alle Wahrnehmung der Sinneswelt erlischt. In einer Upanishad wird die überwältigende Erfahrung folgendermaßen ausgedrückt. Wenn man nichts anderes sieht, nichts anderes hört, nichts anderes erkennt, das ist die Fülle, in Klammer Buma. Aber wenn man irgendetwas anderes sieht, das ist das Geringe. Wahrlich, diese Fülle ist das Unsterbliche, in Klammer Amrita, aber das Geringe ist das Sterbliche, in Klammer Martya. Der Schüler fragt, worauf ist die Fülle gegründet? Der Guru antwortet, auf ihre eigene Größe, Sve Mahimni, und nicht auf die Größe eines anderen. Wahrlich, jene Fülle ist unten, sie ist oben, sie ist im Westen, sie ist im Osten, sie ist im Süden, sie ist im Norden. Wahrlich, sie ist das ganze wirkliche Weltall. In Klammer Chant 7.24.1 25.1 Einlass in das tief verborgene Reich der wahren Wirklichkeit wird in Indien seit Alters her gesucht. In der Priyat Aranyaka Upanishad wird die Bitte ausgesprochen. Aus der Dunkelheit in Klammer vom Licht und Dunkel der Welt führe mich ins wirkliche Licht. Vom Tode, in Klammer vom Reich der Geburten und Tode, führe mich zur Unsterblichkeit, in Klammer zum Nektar der Ewigkeit. Das Sanskrit-Wort Amrita bedeutet sowohl Unsterblichkeit wie auch Nektar. Fußnote 74 Im Jahre 1964 beim allerersten Besuch eines Papstes in Indien, Wo das Christentum der dortigen Tradition nach durch den Apostel Thomas vor 1900 Jahren fußfasste, ist diese Upanishadische Strophe, die viel älter als das Christentum ist, von Paul VI. in einer Ansprache zitiert worden. In den Upanishaden leuchtet immer wieder der Glanz dieses Reiches auf, verglichen mit dem alles Licht dieser Welt zu sehr bleichem Nachglanz wird. Dort leuchtet nicht die Sonne, noch der Mond, noch die Sterne, noch jene Blitze, geschweige irdisches Feuer. Ihm, der allein glänzt, nachglänzt, alles andere. Durch sein Leuchten tritt alles in Erscheinung. Kathar Upanishad 2.3.15 Mundaka Upanishad 2.2.10 Svetasvatare Upanishad 6.14 Der persönliche Gott, der Urquell alles überweltlichen Lichtes und letztlich auch alles kosmischen und irdischen Lichtes, wird hier als Zentrum allen Seins offenbart. In einer Strophe der Bhagavad Gita, die der vorhergehenden Strophe aus drei Upanishaden verschwistert ist, wird das noch deutlicher. Da spricht nicht mehr ein Upanishadischer Seher, der das ewige Sein schaut und das unvergängliche Wort erlauscht. Fußnote 46 Der Sanskrit-Ausdruck Akshara bedeutet nicht nur Wort, Silbe, Ton, sondern auch das Unzerstörbare. In Klammer Hören und Schauen sind in der ewigen Wirklichkeit eins. Nun spricht er selbst, Bhagavan, in seiner ewigen Chit-Gestalt als Krishna. Jenes Reich erleuchtet nicht die Sonne, nicht der Mond, nicht das Feuer. Diejenigen, die dorthin gehen, kehren nicht zurück, in Klammer, in den endlosen Kreislauf der Geburten und Tode. Das ist mein höchstes Reich. Gita 15.6 Der Ton in dieser Strophe liegt auf dem Wort Tat, das Jenes, das ganz Andersartige, Unerwartete, vor dem die irdischen Worte umkehren, zusammen mit dem Menschengeist, ohne es erlangt zu haben. Im Bhagavatam, das in einigen anderen Puranas als die Essenz des gesamten Veda bezeichnet wird, heißt es schon in der allerersten Strophe der 18.000 Strophen des gewaltigen Werks, dass Bhagavan durch sein eigenes Reich immer da die Gaukelei, in Klammer der Maya, ausgeschlossen hat. In der Bhagavad-Gita ertönt dieses Tat nochmals Gegenschluss der Unterweisung, in welcher Bhagavan als Guru Erkenntnis seiner Selbst gibt. Vorher hat Krishna zusammengefasst, was das Erlangen des weiselosen Brahmanen, des Brahma-Nirvana, bedeute. Es ist das Erlöschen alles peitschenden Windes, des unersättlichen Begehrens nach Eigengenuss, das Vergilben aller Vasanas im Chitta, im Unterbewusstsein, das Wegwaschen aller Lust- und Hasskeime aus diesem Leben und allen vergangenen Leben, die endlos zu neuer Geburt und zu neuem Leid leiten. Krishna kennzeichnet den Yogi, der diesen hohen Zustand erlangt hat, der zum Brahman geworden ist. Mit gleichem Blicke sieht er auf alle Wesen. In Klammer, keines düngt ihm höher, keines geringer. Er sieht den Paramatmer in allen Wesen. Er trauert nicht mehr, er kremt sich nicht mehr. Gestillt ist sein Geist. Er ist zum Brahman geworden. Fußnote 81 Er hat das qualitative Einsein seines Atmer mit dem großen, absoluten, dem Brahman erkannt. Und er mag, in Klammer, wenn er hier nicht stehen bleibt, höchste Bhakti, in Klammer, dienende, erkennende Liebe zu mir erlangen. Fußnote 82 La Pathe Präsenz in Bedeutung von Obt W.D. Whitney Sanskrit Grammar Cambridge Word Mess 1950, Paragraf 533 Gita 18.54 Antara In Klammer, das Gegenteil von An-Antara Das Reich, wo es Begrenzung, Abbruch, Unterschied gibt Das nicht in ewiger Gegenwart lebt und wo Furcht herrscht Vergleiche Teich 11.7 Krishna spricht weiter Durch Bhakti kennt er mich dem Wesen nach Weiß, was ich bin und wer ich bin Und wenn er mich dem Wesen nach erkannt hat Tritt er ein in das Tat-Anantaram In Klammer In das Reich, das keine Raum- und Zeitscheidung kennt Gita 18.55 Was ist die Substanz dieses ewigen Reiches Das unbegrenzt von Zeit und Raum Und unberührt vom Entstehen und Vergehen der Welten ist Und das nicht aus festem oder flüssigem oder gasförmigen Stoff Nicht aus Molekülen und Atomen und Elektronen und Protonen und auch nicht aus Gedanken und Ideen besteht Die Substanz dieses unvergänglichen Reiches ist die den Naturgesetzen des Weltalls in keiner Weise unterworfene Svarupa-Shakti Gottes, die untrennbar zu seiner eigenen Natur gehört Die Zentralgestalt des unendlichen Reiches der Svarupa-Shakti, die nur mit dem Auge der Bhakti dem Wesen nach erkannt werden kann, tritt in einer Strophe der Pramasamita zutage Das ist ein Text, der innerhalb der Shastras zur Gruppe der Pancharatras oder Ekayana Offenbarung gehört, verloren war und von dem ein Kapitel von Krishna Chaitanya auf seiner Pilgerfahrt nach Südindien wieder aufgefunden wurde Mit dem Auge der Bhakti, dem mit der Augensalbe des Prema gesalbten, schauen die Seinden immer dar in ihren Herzen den wunderbar schönen Shyama, dessen Wesensgestalt aus undenkbaren Eigenschaften besteht Ihn, den Govinda, in Klammer Krishna, die urerste göttliche Person, in Klammer Adi Purusham, verehre ich in dienender Liebe Brahma Samita 5.38 Shyama ist ein uralter Name Krishnas Das Adjektiv Shyama bedeutet ebenso wie das Adjektiv Krishna Dunkelfarben Eigentlich alle Farben übereinander gelegt, sodass sie dunkel leuchtend erscheinen Gemeint ist eine nicht der Welt angehörige Farbe, die in den Texten zuweilen der dunkelblau leuchtenden Farbe von am Beginn der Regenzeit am Himmel aufsteigenden, jungen, frischen Regenwolken verglichen wird Ein weiterer Name Krishnas ist Govinda Krishna ist das Zentrum aller zu ihm hinziehenden und von ihm fortstoßenden Kraft In Klammer Akarsana und Vikarsana Shakti Die Chaitanya Bhaktas beziehen sich in ihrer Tradition auf Shyama Krishna und sein Reich, einen Hymnus in der Chandokya Upanishad Von Shyama, in Klammer Krishna, nehme ich meine Zuflucht bei dem Vielfarbigen Von dem Vielfarbigen nehme ich meine Zuflucht bei Shyama Das Übel abstoßend, wie ein Ross seine Haare Vom Leib mich freimachend, wie der Mond von Rahu In Klammer Der Finsternis des Dämons Gehe ich, ja gehe ich, ein vollendeter, in die unerschaffene Brahman-Welt Chandokya Upanishad 8.13.1 Fußnote 86 Rahu Ein Dämon, von dem es heißt, dass er den Mond bei einer Mondfinsternis verschlingt Das Vielfarbige, in Klammer Shabala, ist eine Bezeichnung für die vielfältige Shakti Bhagwans in welcher der dunkelblaue Glanz Shyama Krishnas in vielen Farben und Gestalten auseinandertritt Die Urgestalt aller dieser Shaktis wäre im Padma-Puranam und anderen Texten Radha genannt Die Golden Leuchtende Der Name Radha enthält die Wurzel Rad, liebend, verehren, zufriedenstellen Es heißt, niemand vermag Bhagwan, Krishna, durch dienende erkennende Liebe so zufriedenzustellen und zu beglücken, wie sie Radha heißt auch Bhaktidevi, die Göttin Bhakti Ihre Gestalt, ihr Wesen ist höchste Prima Bhakti Niemand, so wird gesagt, kann zu Krishna gelangen, ohne Radhas gnädigen Blick Ohne dass sie denjenigen, der sich sehnt, von der Sucht nach Eigengenuss hin zum Glück des Gottdienens zu kommen, Bhakti aus der Fülle ihrer Bhakti schenkt Radha ist auch die Urgestalt und innere Herrscherin der sechs großen Gottesmächte Der göttlichen Schönheit und Lieblichkeit und übermütigen Ausgelassenheit In Klammer Shri Der inneren Kraft Gottes In Klammer Veria Der Majestät und Allgewalt Gottes In Klammer Aishwarya Des göttlichen Ruhms In Klammer Yasha Des göttlichen Allwissens In Klammer Jana Und der göttlichen Unparteilichkeit In Klammer Vairagya Radha und Krishna Werden das ewig jugendfrische göttliche Paar Jugala genannt Sie sind zwei und doch eins Es heißt, Radha ist eins mit Krishna So wie das Licht des Mondes mit dem Monde eins ist So wie der Duft der Rose mit der Rose eins ist Ebenso wie die Gopis Teilaspekte Rathas in dem gleichen Gottesreiches sind, das Goloka oder Vrindavan genannt wird So sind andere Chitschakti Gestalten Teilaspekte Rathas in anderen Reichen Lakshmi, die Macht der Liebe Narainas in dem unendlichen ewigen Reiche Vaikuntha Und Parvati, die Gattin Sivas In dem unendlichen ewigen Reiche Sivaloka Und Sita, die Gattin Ramas In dem ewigen Gottesreiche Ayodhya Und Rukmini und Unsadyabhama Und andere Shaktis In Krishnas ewigen Gottesreiche Tvaraka Sie alle sind Gestalten, deren Wesen Prima Bhakti ist In diesen Reichen leuchtet nicht die aus Maya Stoff bestehende Sonne Nicht der aus Maya bestehende Mond Nicht die Sterne der Maya Welt Aber es wird berichtet, dass sich über jedem dieser unendlichen Reiche ein Chit-Himmel wölbt Dass eine Sonne und ein Mond und Sterne aus Chit dort leuchten Das innerste Reich Im Padma-Puranam wird von Parvati Der Macht der Liebe Sivas in Gestalt An ihren Gattenshiva eine Frage gestellt Fußnote 88 Im 33. Kapitel des Padmakanda Kapitel und Versangaben Nach der Ausgabe von Panchanam Takaratma Kalkutta, Bengali-Jahreszahl 1318 Bengali-Zeitrechnung Die Kapitelzählung ist von der Bombay-Ausgabe verschieden Der Text der gleiche Innerhalb und außerhalb der zahllosen Universen ist der höchste Ort Vishnus-Reich Doch welche Stätte darunter ist die hauptsächlichste und die kostbarste? Welche ist der Ort, der dem Krishna so lieb ist wie kein anderer? Fußnote 89 Auch hier wird Vishnus-Reich im Sinn von Rigveda 1.22.20 Dieses Reich ist überall und immer alles erfüllend So wie das Licht der Sonne alles erfüllend überall im Himmelsraum ist Mahadeva in Klammer Shiva spricht nun von dem geheimnisvollen Orte Der unter allen Reichen Gottes am meisten verborgen gehalten wird In Klammer Goptam Dem Ewigen, der vom Universum der Maya nicht berührt wird Der die Fülle des Brahman In Klammer Purna-Brama selbst ist Glück und Macht, unvergänglich und Ananda Vaikuntha und andere Reiche sind nur Aspekte der Aspekte von Vrindavan Svayam Die Erde besteht dort aus Edelsteinen, die alle Wünsche erfüllen Wasser ist Nektar Worte und Bewegungen sind Gesang und Tanz Vrindavan ist der Ort für die Vaischnavas Fußnote 90 Vaischnavas hier Bhaktas Vishnus Das heißt, des zeitlich und räumlich unbegrenzten Gottes Der die Shakti der Vishnubhakti oder Prema Bhakti in vollem Maße besitzt Vrindavan ist der Ort für die Vaischnavas Die aus lauterem Sein bestehen und voller Prema sind Immer geht dort der Mond voll auf Nur mild strahlt dort die Sonne Frei von Leid, frei von Trennung Frei von Alter und Tod Frei von Zorn, Eifersucht Frei von selbstischen Dünkel Voller Raser des Nektars, des vollen Aneinander Mehr von Glück der Fülle des Prima Frei von den Gunas ist es selbst ganz und gar Prema Nicht verschieden ist es von der Gestalt Govindas selbst Dann fragt Parvati nach der Gestalt Krishnas in diesem Reich Shiva antwortet Er ist ursprungslos, der Ursprung von allem Der geliebte Sohn des Nanda und der Jashoda Die Shrutis, die Weden, suchen nach ihm ewiglich Er stiehlt das Herz der Gopis Seine Gestalt ist die höchste Kraft, die höchste Gestalt Zweiarmig, frei von den Gunas, der Maya Es wird nun ganz eingehend Krishnas Gestalt, sein Kleid, sein Schmuck beschrieben Die alle aus Chit-Shakti bestehen Das aus Chit bestehende ewige Brahman ist sein Teilaspekt Millionstel Bruchteile von Bruchteilen seiner Teilaspekte Sind die Brahmas, Vishnus und Maheshwaras In Klammer Shivas Die zur Schöpfung, Erhaltung und Auflösung von zahllosen Millionen von Universen Die aus den drei Gunas der Maya bestehen, bestellt sind In Klammer 115 Er ist der den Veden unzugängliche Grund Er selbst, in Klammer Krishna, ist die Fülle des Brahman, in Klammer Purna Brahma So heißt es, in Klammer 118 Seine Geliebte ist die ursprüngliche Kraft, in Klammer Adi Prakriti Die von Krishna Geliebte, in Klammer Krishna Valabha Durga und die anderen Chaktis, die aus den drei Gunas bestehen Sind Millionstel Bruchteile von Bruchteilen von Radhas Teilaspekten In Klammer 120 Lakshmi, Sarasvati, Kanti, Vidya Die edelsten Chakti gestalten, können nicht einmal Radhas Schatten berühren In Klammer 39.42 Radha ist die Herrin von Vrindavan In Freude umarmt sie Krishna, den Herrn von Vrindavan Sich wechselseitig umarmend und küssend, überwältigt vom Spiel der Liebe Wer in solche Weise an ihn ganz tief denkt, der gelangt ans Ziel Radhika, in Klammer Radha, ist die von Krishna Geliebte Sie heißt Gopi Weil sie durch die äußeren Chaktis, wie Maya und so weiter Die nur Bruchteile ihrer selbst sind Und durch die ihr wesentlich eigenen Chaktis Und durch die ihr wesentlich eigenen Chaktis, die aus Chit bestehen, alles erhält In Klammer Gopanam Sie ist ganz erfüllt von Krishna, die Radhika, die höchste Göttin Sie ist die Urgestalt aller Lakshmis Ihre Gestalt ist Krishna Freude In Klammer Krishna Alada Deswegen wird sie von denen, die um diese Dinge wissen, Ladini genannt Durga, Maya und die anderen aus den drei Gunas bestehenden Chaktis Sind nur der millionste Bruchteil eines Fragments der Radha In Klammer 50.51-54 Sie selbst aber ist die Maha Lakshmi Und er selbst, der Herr, ist Narayana Wozu viele Einzelheiten? Ohne diese beiden ist überhaupt nichts Die aus Chit und aus Nicht-Chit bestehende Welt besteht aus Radha Krishna In Klammer 50.56-57 Das bedeutet im Sinne der Wortkunst des Alamkara Shastram Dass die Gestalten des göttlichen Paares in anderen ewigen Gottesreichen Bloß Teilaspekte der Urgestalten des göttlichen Paares Radha Krishna sind Und dass auf diesem Paar alles, was ist, einschließlich der Sinnenwelt beruht Und ohne die beiden nichts wäre Die vielen Gottesreiche des einen Die Vorstellung von verschiedenen unendlichen Gottesreichen Ist menschlicher Fassungskraft nur in einem Nacheinander Und nicht in ihrer Gleichzeitigkeit zugänglich In ihrer Gesamtheit ist sie unausdenkbar Ajintya Man muss sich gemäß den Bhaktishastras und der lila Literatur Vor allem der Werke von Sanatana, Rupa, Raghunata, Jiva Goswami und der Chaitanya-Schule Die ewige Wirklichkeit Gottes Das unendliche Reich des Seinerkenntnis-Glücks Sat-Chit-Ananda Als eine Kugel vorstellen Die nach keiner Dimension hin ein Ende aufweist Weder nach innen noch nach außen Und die unendlich viele Schnittflächen hat Diese in Anführungszeichen Kugel Ist gleichzeitig das unendliche Reich Krishnas und Radhas Goloka Vrindavan Und auch das unendliche Reich Tvaraka Auch das unendliche Reich von Narayana, Lakshmi, Vaikuntha Auch das unendliche Reich Ayodhya von Rama und Sita Und auch das unendliche Reich Shivas und Parvatis Und so weiter Das Reich Gottes ist nicht ein einziges Reich Sondern zahllose Reiche Jedes von ihnen eine volle göttliche Unendlichkeit In Klammer verschiedener Intensitätsgrade Alle diese Reiche sind am gleichen Ort Ohne dass das Geschehen in einem dieser Reiche Von dem gleichzeitigen Geschehen in den anderen Gottesreichen Im mindesten gestört würde Die Gesetze irdischer Mechanik gelten dort nicht Es können sich dort zwei, drei, unendlich viele Dinge Am gleichen Ort befinden Krishna kann auch gleichzeitig Kind, Knabe, Jüngling, Kuhirt, Krieger, königlicher Held sein Doch ohne in allen diesen Seinsweisen Weder in Raum noch in Zeit eine Begrenzung zu haben Sein Reich, seine zahllosen Reiche, seine ewigen Mitspieler Das Geschehen in jedem dieser ewigen unendlichen Reiche Es ist alles gleichzeitig da Sarva Yapi Und es füllt alles in Zeit und Raum restlos aus Sodass außerhalb von ihm für gar nichts anderes Platz oder Zeit übrig ist Das unendliche Reich der göttlichen Allmacht Von Maraina und Lakshmi wird Vaikuntha genannt Doch dem Wesen nach sind alle Reiche Gottes Vaikuntha Das heißt ohne Bruch In Klammer wie Kuntha Die Zeit zersplittert dort Nicht in jedem Augenblick Schmerzhaft in Vergangenheit und Zukunft Ewige Gegenwart ist dort Das Sanskrit-Wort für Zeit, Kala Wird abgeleitet von der Wurzel Kal Dahintreiben Wie ein Schlechter eine Vieherde mitleidlos zum Schlachthaus treibt So treibt die gewaltige Kraft der Zeit Alle Wesen von den lichtschimmernden Devas Die Millionen Jahre leben Bis zum geringsten Wurm und Insekt Unaufhaltsam dem Tode zu Doch die Zeit in den immer da und überall seienden Reichen Gottes Ist nicht von solcher Art Dort sind Zeit und Raum Nicht die Herren, sondern die Diener allen Geschehens Zeit und Raum sind dort von der Natur der Chitschakti Sie schrumpfen ein und sie dehnen sich aus Wie es am besten dem Fortgang des verborgenen göttlichen Geschehens entspricht Einer der Namen für das Innerste aller unendlichen Gottesreiche Goloka Vrindavana ist Vraj Der Name Vraj wird gedeutet Man kann in alle Ewigkeit schreiten Vraj Ohne jemals an ein Ende zu kommen Zwischen Krishna und seinen Mitspielern in jedem der Reiche besteht die Beziehung Ajintya-Beda-Abeda Das heißt, sie sind in unausdenkbarer Weise getrennt und nicht getrennt Verschieden und nicht verschieden Geschieden und nie geschieden Und in jedem der Reiche sind wieder unendliche viele Sichtbarwerdungen Vrakash des Einen Die Manifestation von unendlich vielen Krishnas und von Krishnas ewigen Begleitern Wobei alle diese Manifestationen voneinander unberührt sind Und obwohl jeder Krishna und jeder seiner Begleiter allwissend ist So ist sich doch der eine Krishna der anderen mit ihm identischen Krishnas Und der jeweilige Gefährte Krishnas des anderen mit ihm identischen Gefährten nicht bewusst Das Geschehen wird noch unergründlicher Weil mancher Gottgeweihte, Gott dienend Gleichzeitig in vielen Gottesreichen weilt Und mancher von ihnen überdies zuweilen von einem Gottesreich ins andere wandert Oder von der Erde aus in ein Gottesreich gelangt Wie zum Beispiel Narada Wenn der Atmer eines Gottgeweihten, der noch auf Erden lebt Bhagavan unmittelbar begegnet Weil Bhagavan, der ewiglich überall seiende, von der Art der Prema Bhakti des Bhakta angezogen worden war Und sich sichtbar gemacht hat Wenn der Bhakta also in den Chit-Kosmos dieser Kugel hineingenommen wurde Da findet er sich auf einer der unendlich vielen Schnittflächen der Kugel Er steht, zum Beispiel Krishna, in dessen ewigen Seinsweise als heultes Kind gegenüber Und Krishna ist von bestimmten ewigen Begleitern umgeben Und er dient ihm nun als dem ewigen Kind in dem Reiche der göttlichen Lieblichkeit und Schönheit Und unbekümmerten Ausgelassenheit Ein anderer Bhakta, der dem Majestätsaspekt Gottes zustrebt und ihm dienen will Findet sich im Reiche der Gottesallmacht Narainas Und dient ihm in diesem Reiche Der Nicht-Bhakta, aber er lebt anstelle dieser Kugel Eine Häufung von Weltensystemen der Materie Und findet dort die Gesetze von Zeit und Raum Und dann geht es um Untertitelung des ZDF, 2020